ID-Tagged. Die effiziente und sichere Lösung zur Diebstahlprävention. Ein Hof voller Autos, hochwertige Neuwagen und die guten Gebrauchten. Was für Kunden attraktiv ausgestellt wird, ist für Diebe ein leichtes Ziel. Deswegen sollten sie ihr Eigentum effizient sichern und das nicht nur in Autohäusern. Doch bleiben wir erstmal beim Beispiel Autohaus. Organisierte Banden kommen in der Nacht und sind meistens so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind, mit den gestohlenen Autos. Eine Alarmsirene schreckt die Diebe gar nicht ab. Um ihre Autos nach dem Diebstahl wiederzufinden, gibt es Systeme wie den GPS-Tracker. Doch ein GPS-Signal lässt sich leicht stören und ihr Eigentum ist für immer verschwunden. Außerdem sind die Kosten pro GPS-Sender sehr hoch. Dabei geht es auch viel einfacher. Mit ID-Tagged, einem kleinen Chip-System auf RFID-Basis, das einen Impuls an eine Software sendet, sobald sich auf ihrem Grundstück etwas verändert. ID-Tagged warnt sich schon, wenn ihr Objekt nur minimals bewegt wird und anschließend werden sie persönlich nach ihren eigenen Wünschen benachrichtigt und können automatisch alle Sicherheitsvorkehrungen starten. Das heißt auch, sie können direkt reagieren, lange bevor ihr Objekt ihr Grundstück schon verlassen hat. Das spart Zeit und hilft ihr Eigentum zu schützen. Der Vorteil von ID-Tagged gegenüber bestehenden Systemen liegt darin, dass ID-Tagged nicht manipulierbar ist, da die Alarmierung darüber erfolgt, dass die verbundene Software kein oder ein verändertes Signal des Chips erhält. Und das Ganze funktioniert so. Der RFID-Chip wird einfach in die Autos gelegt. Darin enthalten ist ein Bewegungssensor. Die Empfindlichkeit kann individuell angepasst werden, beispielsweise auf eine Erschütterung, wenn jemand versucht das Auto aufzubrechen. Sobald der Sensor die Erschütterung spürt, sendet er ein Signal. Man kann den Sensor aber auch so programmieren, dass er erst einen Alarm auslöst, sobald sich das Auto bewegt. Damit sind auch die Autos in der Nacht gesichert. Das System kann zum Beispiel mit Nachtsichtkameras verbunden werden. Da die Software genau erkennt, welcher Chip den Alarm sendet, können sich die Kameras automatisch genau auf diesen Bereich drehen und ihn aufnehmen. Sogar der Zoom der Kamera kann im System eingestellt werden. Doch die Software bietet noch weitere Möglichkeiten. Statt Kameras können auch andere Sicherheitsvorgänge ausgelöst werden. Das System kann den Wachdienst informieren, die Polizei alarmieren oder eine SMS oder E-Mail schicken. Der Alarm kann also auch still ausgelöst werden, damit die Diebe gar nicht mitkriegen, dass sie schon ertappt wurden. Dabei ist die Einrichtung von iDetect ganz einfach. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihr persönliches Sicherheitskonzept umsetzen. Je nach Umfang der Installation, mit oder ohne Kameras und je nach Anzahl und Größe der zu überwachenden Bereiche können Sie einfach und flexibel einstellen, wo genau welcher Alarm ausgelöst werden soll. Ein Beispiel. In der Software bestimmen Sie die Bereiche, die Sie überwachen möchten, zum Beispiel mit einer Kamera. Dann ordnen Sie in der Software einen Chip einem Objekt in einem Bereich zu. Schließlich stellen Sie noch Kameraposition und Zoomfaktor ein. Fertig. Sendet nun der Chip zum Beispiel nach einer Erschütterung ein Signal, fokussiert die Kamera sofort den vorher festgelegten Punkt und zeigt Ihnen das Objekt in Großaufnahme. Ein Sicherheitsdienst kann jetzt sofort entscheiden, ob es sich um einen Einbruch oder einen Fehlalarm handelt. iDetect hat unser Sicherheitskonzept revolutioniert. Es ist kostengünstig und effektiver als alles, was wir bisher hatten. Durch die schnelle Reaktionszeit haben Diebe bei uns keine Chance mehr. Die Vorteile liegen auf der Hand. iDetect ist schnell einzurichten, ist individuell einstellbar, kann schnell und effektiv Sicherheitsdienst und Polizei alarmieren. iDetect lässt sich nicht nur in Autohäusern einsetzen. Auch Museen und Galerien können von dem System profitieren. Überall da, wo es kleine und große Objekte gibt, die an Ort und Stelle bleiben sollen. iDetect – die effiziente und sichere Lösung zur Diebstahlprävention.